Was ist die Frage, ob man die Formulierung wählen darf? Ziehen sich die Banken zurück? Es führt sich nach einer aktiven Entscheidung an. Vielmehr glaube ich, und das haben wir für uns 2014 definiert, glauben wir, dass Banken einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Banken sind dazu angehalten, eher nicht langfristig zu finanzieren. Andere Investoren sind dazu angehalten. Das ist eine regulatorische Frage. Und dadurch sind Banken häufig einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Wir beobachten das sehr genau im Structured-Finance-Bereich. Sehr genau beobachten, hört sich immer so an, als wenn man nicht genau wüsste, was passiert. Wir wissen das auch genau, weil wir mitwirken. Wir sind einer der Marktführer in dem Segment. Wenn Sie sich heute angucken, wenn ein Private Equity ein Unternehmen kauft, dann wird es zu 80 Prozent heute von Kreditfonds finanziert und nicht mehr von Banken. Und das ist etwas, was jetzt durch die verschiedenen Asset-Klassen langsam so durchwandert. Insofern sind es im Structured-Finance-Bereich Unitranche von Fonds finanziert. Es ist tatsächlich heterogen. Wenn man auf die Finanzierungsinstrumente guckt, nehmen wir einmal die normale Projektfinanzierung. Wenn sie kurzlaufend ist und viele Aktivitäten im Immobilienbereich sind ja ein Projekt, was sich entwickelt und gar nicht jetzt auf zehn Jahre angelegt ist, sondern zwei, drei Jahre, dann muss man schon feststellen, da geht es um Komplexität und Geschwindigkeit. Und insofern ist es tatsächlich so, dass andere Formen der Finanzierer, also sprich die Kreditfonds viel wendiger sind, flexibler sind, viel mehr Komplexität abkönnen und regulatorisch nicht so gefangen sind, sodass sie viel besser das umsetzen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben ein Aufleben der Erbbauzinstransaktionen, also Trennen von Gebäude und Grundstück. Und das sind Transaktionen, die werden hinterher verbrieft und sehr gerne von Institutionellen genommen, weil sie dann einen Zahlungsstrom haben über 20, 30, 40 Jahre, sodass wir da auch sehr aktiv sind bei der Verbriefung von solchen Strukturen. Ganz grundsätzlich schon, aber es ist auf der einen Seite schon ein Thema natürlich, weil man sagt, Projekte werden anders gepreist. Es ist schon diskutiert worden, dass natürlich damit die Kosten steigen und man sich die Frage stellen muss, wo kommt das Geld her? Werden wir also einen Rückgang in den Preisen haben oder werden sich andere Dinge verändern? Ganz grundsätzlich ist es so, dass es ja die Frage ist, kann man solche Sachen weitergeben? Was aber für mich in diesem Moment entscheidender ist, ist, dass wenn Kosten steigen und Assetpreise sinken würden, würde das noch mehr Druck auf die Banken bringen, die jetzt schon großvolumig finanziert haben, das in den Büchern haben und sich fragen, wie sie damit umgehen. Sie müssten dann in einem solchen Fall wahrscheinlich noch mehr Volumen reduzieren, was die Frage, ob alternative Finanzierer reinkommen, noch praktisch ein Brandbeschleuniger wird dann, weil die werden immer einen Weg finden, gute Projekte interessant zu finanzieren und neues Geld dort reinzubringen. Deshalb glaube ich, in einem Übergang tatsächlich ist es für alle schwierig, so ein Zinsanstieg. Auf Dauer führt es dazu, dass die Banken noch mehr nicht mehr da sind. Was ist das für die Banken?